209 Dings, guck mal hier Dang Ja, das ist das Problem Ach ja Ach man, ich glaub ich hab's mir Da ist es übertrieben 4lane Bicycle Ist wahrscheinlich besser Allgemeine Verteilung Boah, die Masse an Leuten Die hier einfach lang läuft Und das ohne U-Bahn Oder sonst irgendwas Ist schon verrückt So Das Industriegebiet hier oben Scheint Ordentlich zu brummen Abgesehen davon, dass hier einige leer stehen Obwohl es denen eigentlich sauber geht Ja Kann ich ja Und hier hat keiner beschweren So, ich hätte genug für einen neuen Zug-Terminal Aber das brauche ich gerade noch nicht So, haben die eigentlich Von hier aus direkt Doch, die haben ja direkt einen Zugang zum Das heißt, die fahren alle samt Einmal hier rum Bis sie hier sind Hey, ihr Schwein Oh Ach, verdammt Was? Nein Oh Gott Nee, sorry Ähm Ich hab Mein PC ist Neu auf Also ich muss mein PC neu aufsetzen Deswegen war ich jetzt die letzten Die letzten Zwei Tage Drei Tage Nicht Ich Habe ich nicht gestreamt Und ich hab noch nicht alles so eingestellt Wie es soll Ähm Deswegen Ähm Ja Außer Ja und ich bin noch nicht Twitch-Partner Dafür hab ich nicht Ich glaub dafür bräuchte ich 60 permanente Zuschauer Irgendwie Also Ähm Nee, das Das haut noch nicht hin Das haut noch nicht hin Ich mein Klar, gerne, aber Ne Leider, leider nicht Leider nicht So, jetzt könnte ich langsam mal anfangen Das hier Wegzubauen Abgesehen davon, dass der Strom hier die Verbindung hält Okay Noch klappt's Noch klappt's Ne, ich müsste da nochmal Hier Ich Ich Meine Lieblingsbeschäftigung ist Spiele spielen Äh Ist dann die Frage YouTube Oder Twitch Aber Wär schon ganz geil Ähm Ich kann grad mal gucken Settings Naja, gucken wir mal hier Irgendwo Hm Wo war Da Notifications Äh Chat-Message Da haben wir's doch Gender Äh Sound ist auf Nein Ach Ich hab gar keinen Ach, ich hab gar keinen So Save Äh Save So Theoretisch müsste ich jetzt Nachrichten bekommen Äh Oder Den müsste mal das Ding kommen Wenn ich eine Nachricht bekomme So rum Ich glaub ich das hier Hä Und du bist noch die einzige Ecke die Was ist das denn für eine Voll komische Ecke Naja Naja So So Jetzt wollen natürlich erstmal einige Leute gehen Oh Ich hab mehr Land Uh Schick Ich will haben 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 Hm Brauch ich Strand? Weiß ich tatsächlich nicht Erstmal bräuchte ich wahrscheinlich Fläche Hm Das ist ne gute Frage Wohnfläche Ich werde hier mein Hier werde ich mein Industriegebiet bauen Äh mein Gewerbegebiet bauen Schön weit weg Tony McGonnie Own your Tony McGonnie Steakhouse And when people ask me Where I get my award For meat rum It's from one drinks Meaty Bits No matter what you need Be it a smoked pig A goat by sunset Or a ten-foot alligator And a salty brine Mm-hmm Meaty Bits Will get it to you fast With a smile And completely without judging So If it's good enough For Tony McGonnie Steakhouse Why'd I be good enough For Joe Publix's home house? Hold on Hold on You're in touch with meaty bits Tell them Tony sent you Meaty bits If it ever was alive They can get it to you dead Mm-hmm Mm-hmm Welcome back I'm Panem Public Service Ascolin A nickname I got in my youth When I was just part of the public service revolution My home country used to have serious restrictions on freedom of speech When democracy finally came Other forces took control over the broadcasting channel I fled to America Where some compatriots and I started up in underground So Determined to supply our homeland with neutrally reported news It was very successful and grew into today's public service network The least corrupt network on earth And now for some music Okay Okay Ich müsste jetzt Nicht 100% sicher ob's funktioniert aber Sollte hoffentlich einigermaßen im Moment jetzt Hey Warum hab ich Ach das Okay Mein Fehler So Und ihr wollt mehr hiervon Mehr heißt Ja nicht unbedingt Wirklich mehr Sondern einfach nur Größer reicht ja auch Ne? War doch so Noch kein Krematorium Schade Okay Dann Machen wir es jetzt Oh das wäre Ja Hier das tatsächlich ein bisschen auflösen Damit dann wieder ein wenig Nachfrage kreieren Nach Industrie Und die hier können wir dementsprechend mal Oh ich wollte ja eh hier einen hinsetzen ne? Und so wie es aussieht Kann ich grad hier nichts daneben setzen Yes Nice Nice Gut Abwesehen davon dass die da parken aber Das stört ja keinen Das stört ja keinen Okay Hm Die Verschmutzung macht sich auch Weg dachte ich aber nein sie fängt sich in der Bucht Alles klar Ach jetzt haben wir hier natürlich die Bahnstrecke drin Ich meine ist nicht schlecht Die müssen wir halt dann umbauen um ja So umbauen dass wir sie nutzen können Dann Dann Auch wenn es noch nicht zwingend gebraucht wird Slop to steep Fuck you Nix da Wo ist da denn bitte Wo ist da denn bitte Da Ich hab eh alles platt gemacht wenn das gebaut wird So Ja Zweites terminal Zweites terminal Ähm Das ist natürlich noch nicht so beeindrucksvoll Aber Ich hoffe das kommt jetzt wenn ich hier anfange mit meinem nächsten Industriegebiet Kann ich irgendwie von dem Punkt aus Oh Hm Natürlich Wird da aber ja natürlich dann helfen Ja 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 Warum snappt der immer da So 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 fertig aus Dann ist das jetzt das neue gerade Kein bock So Dann machen wir die diesmal Drei breit Bisschen größer Das System an sich Und Dann Kommen wir zu dem Punkt wieder her Genau Du dahin Du Dahin Und Und Ja Naja Du Wieso Ist ja Hm Solange die Verbindung besteht Ist alles gut Okay Dann bauen wir hier meine Industrie hin Wobei da drüben Ich weiß nicht ich habe jetzt alles mit So mit Industrie markiert ich weiß gar nicht ich sollte ja natürlich auch noch irgendwo Obos hinbauen Am besten Am besten Oh ja Wasser Ist immer so eine schöne Sache wenn man Wasser hat ne Dann kann man hier irgendwo gerade gehen So Fine Furniture Ach Holzbetriebe Die nicht unbedingt mit Holz Schlachten zu tun haben Forestry Friends Ltd Whatever So theoretisch müssen die zwei sich hier um das meiste im Industriegebiet kümmern Zusammen mit den drei Das schöne ist es fahren ein paar hier rein momentan und ein paar da Sieht schon ganz gut aus Müllautos Ja es dauert natürlich ein bisschen und es ist auch nicht so dramatisch wenn der Müll da mal liegt Ja dann kommt ein Müllauto sammelt ihr halbe Gebiet ein und fertig ist Jetzt könnte man noch Festlegen dass die Hier vor wechseln Und Und Äh Obwohl Dann müssen die hier schon wechseln Alles was dann hier rein will kann hier dann runter wechseln Und alles was hier rein will Wechseln 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 Da her lang Ja Zwei Stück und schon Schon geht's los Das Schöne ist ich kann jetzt tatsächlich noch erweitern Ähm Wir wollen weiterhin Gewerbe Gewerbegebiet Okay Das bedeutet Wir fangen hier mit einem Gewerbegebiet an Und zwar bauen wir das so winklig wie ich will Einfach weil ich das winklig gut finde Ist praktisch Ganz einfach Ist praktisch So wir bauen Ja erstmal bis zur Autobahn und gucken was dann weiter damit passiert Genau Ah ja wir brauchen auch noch Platz für einen Bahnhof oder zwei zum Beliefern Dann lass ich hier mal Platz Das sollte ja schon fast genug Platz sein für die beiden Bahnhäufe Genau Machen wir es so Gehen dann bis hier hin Und Verbinden das hier dann quer Passt schon Dann Weiß ich nicht dann immer Wieso stimmen die eigentlich nicht die Punkte mit innen Ging's über einen Ging's über einen Naja So das wird mein Gewerbegebiet dann brauche ich dahin eine U-Bahn Äh Oh ja ich kann verschiedene Gewerbegebiete hier aufteilen Aha Freizeit Hier nochmal Freizeit und Touristen Das ist ne Idee Die verbunden Verbinden sich dann Auf Shoot Müsste ich dann alle mit einem Bahnhof verbinden Mit Dann bräuchte ich eins Bräuchte ich mindestens drei Bahnhöfe Aber hey Das ist es mir wert Und solange ich Kohle mache Und zwar mit 4000 gar nicht so schlecht Kann ich ja hier bauen ne Ah Schade Fast Ein Ein fällt falsch Aber das ist egal Was ist mit dir? Fällts mittendrin So Wunderbar Hier steht leer Abandon Dann Würde ich doch mal sagen Machen wir es so Dass jetzt hier erstmal das hier wegkommt Nö Kommt erstmal hier das ganze weg Ähm Ist denn jetzt halt die Frage Inwieweit wir Haben wir schon die Ich hatte es auch hier in Friedhof gebaut Sind die alle unterwegs? Pfff Alle in Benutzung Leckomio What the hell? Wieso sterben die denn hier alle? Wie die fliegen Ist so lächerlich Und vier, fünf Sechs, sieben Acht Jetzt fahren sie alle raus Aber hier ist schon gut gewusel Das ist toll Und hier ist auch schon gut Stau Das ist natürlich nicht so toll Bist du mich verarschen? Guck mal her Gut, klar Dann wechseln die da erstmal Aber Das ist natürlich jetzt doof Die können natürlich überall hin Aber die müssen sich dann natürlich an Die Dings halten Das sollte erstmal helfen Hoffe ich Wenn sie nicht permanent wechseln würden So Wo war's Schäfig Ha Vorfahrtsstraße Ich mein, bringt mir nicht so viel, aber Naja, und jetzt müssen die hier Ja, das ist halt das allgemeine Chaos Was dann da entsteht So, dann Wow, Industrie ist so gut wie Weg und trotzdem noch Ach, ist Noch kann ich bewegen Naja, es kommt noch Hat das Ding überhaupt Strom Braucht das Ding überhaupt Strom Das wäre der Hammer, wenn die Dinger gar keinen Strom brauchen So Wie auch immer Wir fangen jetzt an mit Einem Cargo Train Terminal Was hier hinkommt Und sich hier rüber verbindet Und hoffentlich auch Ja Okay Du hast weder Strom noch Wasser Da stimme ich dir zu Das ist blöd Und das wird behoben Als ob ich das so perfekt Alter Einmal bitte perfekt rüberziehen Hier Das war noch nicht mal die Absicht Ich hab nur ungefähr auf die Kante gepeilt Aber ich denke mal Übung macht den Meister Weil eigentlich Wollte ich das nicht so Wollte ich es einfach nur rüber haben Und nicht perfekt oder sonst irgendwas Einfach nur rüber Aber wenn man es perfekt trifft Wow Das ist verrückt So, Strom brauchst du noch Ähm Ich könnte hier bald einen Staudang hinbauen Strom 20.000 16.000 Wäre auch noch eine Stufe Hm Oh ja Ich hab ja die Feuerwehr noch Gar nicht hier wirklich So Ich würde jetzt einfach nochmal hier einen Weg Zur Verbindung benutzen Ah Shit Okay Meinetwegen So Da haben sich jetzt einige ausgebaut Das freut mich Ähm Wenn ihr euch hier drin ausgebaut habt Dann tut es mir leid Und ihr baut euch jetzt komplett um Und wir brauchen Und wir wollen mehr Industrie Ähm Da fehlt jemand im Wasser Yes Perfekt geklickt Und noch einmal Okay Wir haben nicht genug Wasser Würde bedeuten Wir brauchen ein höheres Wasserbudget Reicht das als erstes? Ähm Ja nö Das reicht erstmal nicht Wir brauchen mehr Wasserquelle Hm Ich mein theoretisch Könnt man einen Staudamm bauen Nur mit Abwasser Nur mal so Das sind Wasserquellen Theoretisch Wenn man sich das hier anguckt Das äh Wasser Wird hier aufgestaut Weil hier Auf jeden Fall eine Idee Werden wir dann ja sehen Noch läuft es einigermaßen Der Ich bin froh Dass ich das Ding geholt habe Und auch so Ähm Quasi Aufgerüstet habe Dass das funktioniert Der Hammer ist einfach Dass hier drei Autobahnen laufen Und die meistbenutzte Ist die von meinem blöden Industriegebiet Ich mein Ich könnte einfach Mal hier einen Hm Da ich aber sehr Gern Industrie baue An sich Na ja Dann geh ich mal Richte ich mich mal nach dir Nein Nach dir Richte ich mich aus So Ja Natürlich Das müsste jetzt Theoretisch Perfekt passen Aha 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 Okay Jetzt habe ich da drei Und jetzt mache ich hier vier Ähm Wie wäre es mit Wenn ich da schon So viel habe Yes Krematorium Endlich Endlich Ein Krematorium Das kann ich auf den Weg reinmauen Das kann ich Hinten hinbauen Das ist echt super Dann kann ich das noch Okay Vielleicht Baue ich Hm Okay Das kostet jetzt natürlich Ein bisschen was Die hin und her zu setzen Aber ich baue mir da ein Noch ein bisschen was aus Damit Hä Space already occupied Willst du mich verarschen Hä Ähm Okay Machen wir es anders Move it Move it Move it I like to move it Move it I like to move it Move it Shit Okay Bauen wir Ja ihr seid jetzt nicht mehr connected Das ist mir schon klar Einbahnstraße Bauen wir das ein wenig Größer Okay So Na ja Da wird jetzt keiner hinpassen Aber vielleicht passt da noch die Dings hin So rum So rum Nice Achso Hm Ja So Und da können wir jetzt noch weiter ausbauen mit Was wir wollen Achso Ich bin ja hier sowieso noch eins Weiter Dann Ähm This is Mars official radio With their public service escort Ähm Space already occupied Juhu Wieso musst du Wieso muss der zwischendurch Achso Hm Ja Das ist das Problem bei der Nummer Okay Okay Nächstes Industriegebiet Ich würde mal behaupten Wir können direkt Zwei bauen Ist wahrscheinlich nicht die Industrie Die gefordert wird Und